Monatelang warten Kunden auf einen Termin. Der Fachkräftemangel im Handwerk wird zum Notstand. Es fehlt an Nachwuchs, viele junge Menschen studieren lieber als eine Lehre zu machen. Im Rennen um Bewerber überbieten sich Betriebe mit Vergünstigungen, während Stagnation und hohe Kosten auch das Handwerk drücken. Was die Politik tun kann und ob Lehrjahre bald schon Herrenjahre sind, unser Thema Montag bei Fakt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017